Wenn man schon so selten dämlich ein Video anfängt, dann kann man sich mit dem Finger in der Nase ausmalen, was wohl als nächstes kommt. Was? Okay, na dann würde ich sagen, wir knallen mal eine ganze Batterie raus. Von Flachwitzen. Wer ist König von England und steht auf Computer? Wie spreche ich es denn jetzt am besten aus? Tast Arthur. Wie nennt man Mobbing im Weltraum? Allgemeinheiten. Was ist silbrig? Sticht und hat Spaß dabei? Eine Sadistel. Was ist das Gegenteil von Konstante? Konst Onkel. Wie vermehren sich Stachelschweine? Sehr, sehr vorsichtig. Also wirklich, sehr, sehr vorsichtig. Was haben Dieter Bohlen und ich gemeinsam? Kommst im Leben nicht drauf. Wir waren beide schon mal in Verona. Mein Liebling. Wie nennt man ein explodiertes Reh? Bombi. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Wie nennt man Hausarrest für Erwachsene? Du sage mal, warum setzt sich denn der neue Kollege nicht hin? Ja, ich musste auch viermal lesen, bevor ich den gecheckt habe. Auf dem Bügel einer Brille zu kauen, sieht intelligenter aus, als seine Kontaktlinsen zu lutschen. Jaja, da ist was Wahres dran. Ein anderes Wort für Brustbehaarung. Herzrasen. Wenn man Legosteine sucht, dann muss man anfangen, wie ein Fuß zu denken. Weisheit des Tages. Nennt man die Muskeln von Katzen eigentlich? Miezeps? Miezeps! Moment. Chavos wissen, wer der Babo ist. Aber wissen auch Babos, wer der Chavo ist? Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Aber ich persönlich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Menschen mit ihrem Smart Parkplätze vor unserem Kaufland blockieren. Ich meine, warum nehmen sie den nicht gleich als Einkaufswagen? Oh, der ist so böse. Ja, gestern habe ich in einer Bar eine Runde geschmissen. Meine Frau ist fast drei Meter geflogen. Herr Ober, Entschuldigung, aber haben sie fette Rippen? Mein Gewicht geht sie gar nichts an! Und jetzt zum Schluss habe ich nur noch eine Frage an dich. Stecken in dem Wort Cocktailbürstchen zwei oder drei Wörter? Wow!